... ... ... Guten Tag, wir werden heute Pizza bestellen! Ihr dachtet ernsthaft, dass ich diese Katze wär? Also... Mann ey, ihr seid echt... Tobi ist wieder da, hi Tobi Wir werden heute wieder Pizza bestellen bei der Oma, sitz dich hin! Wir bestellen jetzt Pizza Boah, die Pizza Salvatore Ich hab hier mein Fettsack-Handy dabei Ich hab das schönste Hintergrund... Scheiße, warte Ich hab hier das schönste Hintergrundbild Ich weiß, das ist... Es ist so toll... So... Pizzeria Roma, schönen guten Abend Schönen guten Abend Ähm, ich hätt gern einmal die Pizza Salami in groß und die Pizza Salvatore auch in groß Ja... Ja... Okay, soll das geliefert werden? Ja bitte Danke Schönen Abend Tschüss! Tschüss! Die war... Die war... Sehr freundlich, die hat als einzigste... Ich seh wie du ranzuppst, ne? Die hat als einzigste mal einen richtigen Namen erkannt Und die war voll freundlich, man Die muss samstags arbeiten Naja Die wird dir jetzt geliefert und Wir sind uns ja gleich, wenn es die Pizza gibt Wir stellen euch die mal vor Die kommt manchmal... Hahaha Pizza ist da Ich mach mal die Kamera, ich mach da noch so ne Montage Die sind so fett, dass wir in jedem Video Pizza bestellen und sonst was Ihr habt recht Also, ähm, weil ich mir unsere Bestellung nicht merken kann, weil die erst ab 15 Euro liefern, schreib ich es mir wieder auf Drehspießteller 8,50 Pizza Hiperoniwurst 6 Euro In Chicken Nuggets 6er 3,90 17,40 Das macht dann 17,40 insgesamt Guten Tag Also, der Fettsack hier hinter der Kamera hat jetzt geschnitten Hahaha Wir rufen jetzt bei diesem Verkackten Lieferservice an 2 9 0 Ich mach auf laut Ihr fetten Ach, hier hört's, ne? Hallo Hallo Ähm, ich hätte gern einmal den Drehspießteller Ja Ja, wo ist das? Ja, wo ist das? Ja, wo ist das? Ähm, Knoblauch Ja Dann einmal die Pizza Peperoni Ja Und einmal Chicken Nuggets Ohne Pommes Ja, wo ist das? Und einmal Nuggets ohne Pommes Ja Ja Das war's Das war's Und Auf Wieder Tschüss Tschüss Also Die haben net nach nem Namen gefragt Weil, ähm, mein Name ist immer Hardcore unverständlich Und Ich will mich auch Osama Bin Laden nennen Aber da gäbs ja ne Bombenstimmung, ne? Wir sehen uns gleich Wenn diese verdammte Drehspießteller Pepperoni Chicken Nuggets Box da ist Gesundheit Der säuft ja Hallo, let's saufen Wir müssen leider die Kamera ans Ladekabel hängen Also muss ich's mal improvisieren Hier haben wir das gute Zeug Ah Einmal die Pepperoni Pizza Von mir Dann hier Da Die Chicken Nuggets Für uns zwei Und dahin der übergewichtige Döner-Teller Für den fetten Tobi 20.55 Uhr Ähm, gut grad im Film Alli gehen da aus Und, ähm, da wird grad ne Telefonnummer gezeigt Und ich tipp mir jetzt ein Sie lautet 077 86 942 314 So Okay, da geht keiner dran Da geht auch keiner dran Alter Guten Tag Sie sind verbunden mit der Mailbox von Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal Hallo Hallo Oh 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 Der schwule Scheiße Ja Ich wollte mich mal bewerben Sie haben mir doch einen Job angebrachten Ich würde gerne mal durchschrauben Oh 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 Hä Der war sehr freundlich Ja Wer ist denn da? Ich bin's Wer ist da? Eigentlich Ja Was gibt's dann? Abendelfen 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 built